Hey, hey, hey! Was geht's, Freunde und Freundinnen? Mein Name lautet D-D-D-D-D-Danny-B-B-B-B-B-B-Nich und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und ich glaube, vorgestern habe ich gelivestreamt und wer dabei war, ich glaube, der M-Core von German Elite Army und der N-Scop 21, also der Nico, solltet ihr beide kennen. Und ja, dann noch ein paar andere Leute waren am Start, aber ich glaube nicht, dass ihr jeden davon kennt. Aber ist auch gar nicht so schlimm, denn ich habe auf PC gezockt. Ich zocke lieber immer so gerne auf PC, wenn ich Livestreame, weil das wesentlich angenehmer ist. Und naja, am Anfang habe ich halt ganz normal gespielt, so gegen den M-Core so. Ich joine manchmal in 3 für alle nach und dann spielen wir gegeneinander. Und dann dachte ich mir so, hm, wie wäre es denn, wenn ich gegen den M-Core ein 1 gegen 1 mache? Und dann haben wir angefangen und ich habe übel reingeschissen. Ich glaube, er hatte 15 Kills und ich nur 8 oder so. Und also er hat mich ziemlich fertig gemacht. Und dann dachte ich mir, hm, wie wäre es, wenn ich gegen den Nico im Livestream ein 1 gegen 1 mache und das Ding bei ihm ist einfach, dass er jahrelanger PC-Spieler ist und ich ungefähr seit 5 Tagen jetzt wieder richtig angefangen habe. Und naja, das ist natürlich etwas, womit ich ihn provozieren konnte. Und da habe ich ihn extrem provoziert und gegen ihn ein 1 gegen 1 gemacht, denn wir wollten schon immer mal ein 1 gegen 1 machen und es auf YouTube hochladen, sind aber nie dazu gekommen. Und was mir dann auch noch aufgefallen ist, und zwar Nico war extrem leicht provozierbar. Und ich kann das gar nicht so einschätzen. Sag mal, was denkt ihr? War ich, habe ich wirklich so gut provoziert oder ist Nico einfach so gut provozierbar gewesen? Also ich kann das wirklich gar nicht einschätzen, ob ich wirklich so gut provozieren kann, wie mir immer gesagt wird. Ich habe echt keine Ahnung. Und da habe ich ihn provoziert und er ist noch nicht übel ausgeteckt. Also er ist wirklich extrem ausgeteckt. Und ja, tut mir leid wegen der Quali, ich habe etwas falsch aufgenommen. Also ein bisschen falsch aufgenommen. Die ist eigentlich auch besser im Livestream, also im Livestream ist die besser als jetzt hier. Aber ich denke mal, dass es nicht so das Problem sein sollte. Und dann wünsche ich euch nur noch viel Spaß mit dem Video und... Haudere! Paragraf 5721 Durch das Daumen hoch geben auf ein Danny Burnage Video bestätigt der Mann seine Potenzfähigkeit. Ich mache dich so platt in Scope, ne? Ja, okay. Mach mal. Guck mal, das Boss am Klantik, da werden wir gleich sehen. Vielleicht kannst du Gay-Hinch schreiben, Alter. Sag mir, wenn du verlierst, dann schreibst du Gay-Hinch, das Boss, für eine Woche in dein Klantik. Alter, das ist irgendwie... Zwar ein Scheiß-Tockt an der Woche nicht. Hey, Digga, kommst du nicht? Bitte, komm. Hey, Digga, mach doch nicht so ein Battle draus, Alter. Ganz ruhig. Äh, Dings? Danny? Ja? Ähm, ich muss mit dir... Kannst du mal kurz, äh, im Dings, im Livestream kurz mal deine... Die Lautsprecher und dein Mikrofon ausmachen, mit dem Programm? Ich muss kurz was Wichtiges mit dir reden. Geht nicht, Digga, oder? Wieso geht das nicht? Gleich, Digga, okay? Gleich. Wahrscheinlich, gerade, wo das 101 anfängt, wird hier kurz gemutet. Kein Ding, oder? Nein, deswegen. Deswegen ganz gleich. Warte, im Sniper, ne? Erstmal, ne? Ja. Okay. Äh, ist dann ihr Haus Nummer zwei? Äh, ja. Okay, ja. Ich weiß, was du meinst, ja. Muss ich anrufen. Mhm. Und du hast uns in den Kommand. Richtig geändert, hab ich grad von links bekommen. Ja, passt schon. Wo bist du, Alter? Wo kämpfst du schon wieder rum, du schlechter Spieler? Wie schlecht du bist, ey. Peinlich, Alter. Schon wieder peinlich, mit dir zu spielen, Alter. Niko, du bist so peinlich, ne? Also, Danny. Danny? Ja? Ich hab mein Herzzeitproblem jetzt gelöst. Ich bin jetzt, mit meinem kaputten da, bin ich wieder zu, ähm, zu Rockscams hingelaufen. Das ist ja da bei mir in der Nähe. Und die haben das kostenlos getauscht. Einfach so, zack. Auf dem Fall. Ja, mega geil. Ich hatte keinen Bock, nix dabei. Ich meinte einfach nur hier meine Nummer. Gucken sie mal nach. Bist du Karte, auf die Karte geguckt? Da, ja. Fertig. Getauscht. Das, Alter. Wo bist du, Alter, Niko? Wie geht's dir da mit dem Auto? Geht's dir gut, oder? Du kämpfst so rum, Alter. Komm, wie ist es? Ich kann zitieren, der Lappen. Kann nicht mal vernünftig spielen. Glauben, wenn ich du wäre, ne? Hey, findet ihr eigentlich, dass drei Stunden am Tag viele sind? Also zocken? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Was ist daran viel, Mann? Geht noch voll, eigentlich irgendwie. Ab fünf Stunden wird's, oder? Okay. Ja, weil die ganzen Leute sagen, uh. Oder einer hat ja gesagt, oder zwei. Ich weiß nicht, wie. Aber ich so, boah, du bist ja volle Suchti und so ein Scherz. Was denn daran süchtig, wenn du nur noch privates Lippen hast? Also ich finde, ich finde sehr viel, eigentlich. Oh, jetzt sind wir geil wieder. Ja. Ach, leck mich doch fett, Alter. Ach, leck mich doch fett, Alter. Du bist auch als Schlecht, ne, halt. Ne, ich bin nicht, ich bin nur nicht eingespielt. Ah, fuck ich. Ja, doch schlecht. Danny, Danny, hast du Empfehlung für Kameraständer für mich? Ja, ich hab Ständer gesagt. Schüttelz. Ja, das Game ist so gay, Alter. Du bist so schlecht, Alter. Peinlich, ey. Alter, das schlechteste Spiel ever, Alter. Code 4 wärst du schon längst penetriert, Alter. Oh Gott, wie sch... Hier, Digga, hier eine Kiste, Alter, für dich, Alter, damit du eine Chance hast. Hier, eine Kiste für dich, Digga. Nimm die Kiste, Alter. Warte mal, Emco, ich muss ihm was schreiben. Das braucht ja nicht jeder wissen hier, Alter. Okay. Es trifft einfach nicht, Alter. Hier, die Kiste für dich, Digga. Alter, mach jetzt! Komm, was still ist, Alter. Komm, wie schlecht du bist, Alter. Komm, wie schlecht du bist, Alter. Hier, eine Kiste, Lightning Strike, Digga. Halt deine Fresse! Hey, Moritz, wie ist denn eigentlich dein Kanal, Mann? Ich hab gar keinen Kanal. Komm, wie schlecht du bist, Alter. Alter, ein Faul, du Hurensohn, Alter. Er versucht, mich für deine Pfeife zu treffen, Alter. Warte mal, ich ehrlich bei ihm, du kannst mich da nachmachen, Alter, schon, wenn du möchtest. Ja. Ich komm, wie er am Verkacken ist, Alter. Haltet alle eure Fresse, ihr dummen Hurensohne, Alter. Ja, komm, wie schnell 11 zu 2, Alter, für mich, ey. Nicht als ein B10er-Neuling. Halt dein Maul! Gegen einen jahrelang erfasenden Typen. Halt deine Fresse! Oh, schon wieder tot. Hier, noch eine Kiste für dich, noch eine Kiste für dich. Hast du mich schon geerdet, Moritz? Ja, gerade. Jetzt kann ich schon deine Sniper aufheben, weil ich keine Munition mehr habe, Digga. Digga, hier noch eine Kiste für dich. Zwei Kisten für dich. Warte mal, das dauert ein bisschen mehr. Boah, ein Köl. Alter, heftig. Respekt, Alter. Boah, zwei Küls. Boah, zwei Küls. Ist das ein Rekord, Digga, Nico? Rekord? Ja. Digga, ja, glaube ich dir auch irgendwie. Schick mal, Alter. Nein. Ja. Ja. Digga, wieso spielst du jetzt so gay, Alter? Deine Fresse, du Hunde, Alter. Halt dein Scheiß-Telefon, Alter. Ich f*** dich, ey. Ja, er sucht immer aus, das ist immer so bei Nico. Immer, immer, immer. Auch, weil... Hey, ich schwör's dir, Alter, ich f*** mal dein Leben, Alter. Ohne Witz, ich komm mal bei dir vorbei mit Messe-Messe-Stecherei, Alter. Ohne Witz. Du campst die ganze Zeit, kann das sein, Alter? Ja, aber ich campe. Das ist es. Hier liegen immer noch Kästen für dich, Digga. Du, das ist nötig, ey. Erstmal stecken, Alter. Ja, was stecken? Lassen. Lass du ihn doch stecken. Oder wie wär's, wenn du einfach mal deine Fresse hältst? Hab ich nicht. Das verlangt dazu. Oh, du bist schon wieder tot, Alter. Du bist ein Camper, Alter. Du wirst immer schlechter. Du warst schon schlecht. Geh für dich. Jetzt wirst du immer schlechter, Alter. Nice, Alter. Ja, würde ich auch schon sagen. Du bist richtig schlecht, Alter. Digga, willst du nochmal spielen, Alter? Damit du vielleicht deine Schlechtheit nochmal beweisen kannst. Ah, deine Mutter ruft gerade an. Warte kurz. Mega trocken. Der kam so plötzlich irgendwie. Oh, Herzlich. Also, Nico. Willst du nochmal zocken? Von mir. Okay. Ja, willst du diesmal mit normalen Waffen oder mit Sniper? Oh, du, das ist mir relativ egal. Du kannst ja aussuchen, du schlechter Spieler. Der schlechte... Du weißt doch, der verliert ja davon mal aussuchen, wie die nächste Runde aussieht. Moment kurz. Moment, ich muss mich kurz abringen. Alles klar. Du bist so provokant, Alter. Ich hasse dich. Ja, ist echt so. Das ist so mega bärsig. Sobald er gewinnt, immer ja, man ist voller Nupe. Ja. Ey, Leute. Wollt ihr nicht auch mal in die Kommentare schreiben, wie nicht schlecht Nico ist, Alter? Wollen wir jetzt mal das Witz zocken, Alter? Das können wir doch auch machen. Nee, warte. Ey, boah, halt deine Fresse, Alter. Nein. Ich will jetzt mitzocken. Nein. Ich will Niko doch einmal richtig schlecht machen, Alter. Ey, Niko, schreibt mal in die Kommentare, wie schlecht Nico ist eigentlich so. Er ist doch richtig schlecht, oder nicht? Jeder, der jetzt schreibt, dass ich schlecht bin, bei dem komme ich persönlich vorbei. Den gibt es aufs Baul. Ich hasse den zu, Alter. Ich hasse den zu. So schaffst du ihn, ich werde ihn nicht sehen. Nee, warte, mein Handy ist jetzt noch richtig bärstiges iPhone 4 noch. Also, Digga, wie willst du zocken? Mit normalen Waffen? Nico, zocken ist nicht deine Stärke. Er real life, ganz im Gegensatz zu Danny. Bei mir ist es genau anders schon. Du müsst wissen, die Tussen, die bei Danny daneben sitzen, sind immer nur Hologramme. Wo wirst du denn gespawnt, Alter? Genau, neben deiner Mutter. Große Fläche. Neben deiner Mutter. Ich kann nicht mehr Hilfe. Das schaffst du mich immer. Oh Mann, wieso ist der so, Alter? Genau neben deiner Mutter. Du bist so, Alter. Ja, bist du. Wahrscheinlich. Ja, Digga, du bist so schlecht, Alter. Ja, man stieh, Alter. Ich bin echt, die bist schlecht. Aber hey, wen interessiert's? Guck mal, guck mal, guck mal. 3 zu 0, Alter. Ah, geil. Digga, willst du langsam besser zocken, oder, äh? Nee, Digga, ist einfach so. Ich sitz nicht die ganze Zeit vorm PC, Alter. Okay. Er sitzt die ganze Zeit auf der Handelbank, Mann. Wow, nicht schlecht. Eickel. Boah. Alter, wenn ich du wär, würde ich mich freuen, Alter. Das ist der letzte Kerl. Wow, Nico, was soll das werden, wenn du chillst, gerne da oben, oder was? Ach so, Alter. So ein Gelalle, Alter. Hey, diese One Girl 0301, die kommt mir übel bekannt vor. Das ist One Girl. Hier, im Chat. Schade, kann ich nicht sehen. Jo, wahrscheinlich trifft keine einzige Kugel, Hörde. Hey, Alter, das Spiel ist echt so schlecht, Alter. Ja, das ist mich eigentlich verarschen, Alter. Das ist nach Call of Duty 4 und 5, ist das das optimierteste Gang für PCI-Bau. Ja, das hat ja sowieso nichts zu melden, Alter. Nee, das ist aber echt so, Alter. Du hast wieder dedizierte Server, du hast wenigstens Lobby's. Also, ich mein, die mit 12 Mann sind und nicht mit fucking 18 oder 45 oder 5000 Mann. Hey, Mko, weißt du was? Nico, fließt, Alter. Ach so, deswegen ist er gerade so aggro. Nico verliert die ganze Zeit, er hat schon das erste Spiel verloren. Ey, Mko, auf was für eine Grafik anstellt, ich bin zu. Ey, das kann gar nicht sein. Er versucht zu springen, wie so eine Missgeburt. Ach, die hat meine Maus gewonnen? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich verstehe das nicht, Alter. Irgendwie hast du zu viel gespielt, Alter. Irgendwas stimmt nicht mit dir. Komm mal auf dein Leben klappen. Ja, der ist mega süchtig geworden, Mann. Auch in Black Ops hat er mich letztens abgezogen, Mann. Voll eine Noob. Ja, Alter, was ist los mit dem, Alter? Der ist voll crazy geworden. Ja, aber ich soke gar nicht so, Mann. Der geht dann in seiner alten Zeit zurück, Mann. Ich soke nur abends ein bisschen, Alter. Ein bisschen, so zwei, vier, fünf, sechs Stunden, ne? Such dir mal einen Job, Dig, Alter. Was glaubst du, ich soke echt nicht so viel, Alter. Jo. Soll wir mal schauen? Soll wir mal schauen? Schau mal, bitte. Schau mal, schau mal, bitte. Ich schau jetzt mal beim Danny ins Team. Ich kann zwar nicht über Minecraft und so sagen, aber das sockte, glaube ich, eh nicht so oft. Nee, jetzt spielst du im Black Ops jemand. Das hat 300, 400. Guck mal, ich glaube, ich habe aus, wie sie meine Gesundheit runtergestellt, ey. Ja. Ja, das geht doch gar nicht, Mann. Hier, 23,5 Stunden in den letzten zwei Wochen. So, jetzt rechnen wir das mal aus. Züchtig. Das ist, glaube ich, nicht, das ist vielleicht über eine Stunde an einem Tag. Also, knapp über eine Stunde. Ne, siehst du, habe ich doch gesagt, Alter. Erzähl, warte, erzähl, Alter. Ich glaube, ich sage sogar weniger als Nico, Alter. Ja, da war erst vor drei Tagen an. 1,67857142 blablabla Stunden. Also, 1,7 Stunden. Das sind fast zwei. Also, ein Dreiviertelstunden. Ja, aber Nico ist halt ziemlich schlecht, ne? Am Tag. Ja, oder ich bin entweder, nee, nee, ich glaube, ich bin gar nicht so gut, aber Nico ist einfach so schlecht. Danny, du provozierst gerade wieder. Alter, wieso lasse ich mich überhaupt von so einem Huren so ein Zulabern, Alter? Du bist einfach... Hier, bloß, hol dir, du bist für dich. Also, ich mein deutschen Akzent, du missgeworst, Alter. Digga, vordere ich für dich, Alter. Ich bin... 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 Du mit 5 Kills, Alter. Du hast auch die Maus gewonnen, oder? Ja, genau. Ach, Gott, es mich ist... Ach, Nico, Nico, mach dir nichts raus. Ach, halt deine Fresse, komm, Alter. Halt einfach dein Maul. Guck mal, 5 Kills, nicht schlecht. Ja, geil, oder? Ja, Mann. 5 Kills, nicht schlecht, oder? War eine geile Runde. Ich beglückwünsche dich zu deinem Sieg, du Missgewirr.